In Phantom Liberty gibt es brandneue, richtig geile, ikonische Waffen. Der Schaden ist phänomenal und sie sehen cool aus. Wo ihr sie herbekommt, zeige ich euch in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich, damit habt ihr noch mehr Spielspaß. So, Setrunner, heute zeige ich euch die besten ikonischen Waffen, die man zu Beginn in der Weiterung abstauben kann. Sind absolutes Highlight, lohnen sich wirklich zu holen. An der Stelle habe ich für euch auch noch eine Warnung zu den ikonischen Waffen. Es sind doch einige verpassbar, denn nicht jede Waffe kann man nachträglich, wenn man sie verpasst hat, bei diesem Händler im Bazar kaufen. Seht ihr auch hier nochmal auf der Map, wo er sich befindet. Gerade es gibt Waffen in der Hauptstory. Wenn man da die falsche Entscheidung trifft, dann bekommt man sie nicht über den Händler. Wenn ihr mal eine Maske während der Hauptstory aufbekommt, dann würde ich auf jeden Fall einen Speicherpunkt setzen, denn ab da kann man einige Waffen verpassen. Falls man die verpasst hat, kann man den alten Spielstand nochmal löschen. In Zukunft werde ich noch ein separates Video dazu machen. Ich möchte euch aber jetzt hier nicht zu krass mit der Story spoilern. Die sollte man wirklich selber genießen. In der Zukunft kommen auch noch mehr Videos zu ikonischen Waffen, geheimen Fahrzeugen und mehr raus. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Gleich zu Beginn habe ich für euch eine sehr besondere Waffe. Sie hat auch eine einzigartige Optik. Ich finde, sie sieht richtig cool aus, auch mit dem Totenschädel hinten drauf. Und diese Waffe hat auch einen sehr besonderen Effekt. Sie kann nämlich Quick Hacks auf die Gegner anbringen, ohne dass man hacken muss. Das ist also die perfekte Waffe, wenn man eben als Hacker unterwegs ist, das Deck leer ist. Dann kann man mit dieser Waffe weiterschießen und immer wieder Quick Hacks an den Gegnern anbringen. Das ist schon echt geil. Außerdem ist diese Waffe ein Tech-Revolver. Bedeutet, ihr könnt die Schießtaste gedrückt halten und dann schießt sie wie so ein kleines Maschinengewehr und macht verdammt guten Schaden. Einzelschüsse sind jetzt nicht so stark, aber wenn ihr die Tasse gedrückt haltet, dann geht dieses Teil schon ordentlich ab. Und immer wieder passiert es, dass eben ein zufälliger Quick Hack auf den Gegner angebracht wird. Zur Info, ich bin für diese Waffe nicht geskillt. Weder habe ich die Bäume in die Hacks rein investiert, noch bei Tech-Waffen. Da könnt ihr einiges mehr rausholen. Wo bekommt ihr diese Waffe her? Ihr müsst hier zu der Position in Dogtowns, ganz auf der rechten Seite. Und dort angekommen müssen wir ins Gebäude rein. Dort gibt es übrigens auch einen Auftrag. Bekommt man auch eine andere ikonische Waffe. Die fand ich persönlich jetzt aber nicht so stark. Ihr lauft dann einfach in das Gebäude rein. Normalerweise sind dort überall Gegner. Ich habe jetzt hier die einzelnen Gegner schon gekillt. Lauf in den oberen Stock durch die blaue Türe durch. Dann nach rechts. Und dann hüpfe ich hier runter. Nimm einfach eine Abkürzung über die Kerzen drüber. Und durch diese Türe auf der anderen Seite. Haltet euch dann links. Und dort solltet ihr normalerweise eine Schlüsselkarte sehen. Und die schnappt ihr euch. Als nächstes müsst ihr dann hier zu dieser Location. Dort bekommt ihr dann die Waffe. Ist ein Tick weiter unten. Könnt mit dem Auto runterfahren oder auch einfach laufen. Ist nicht wirklich weit entfernt. Wenn ihr dort ankommt, seht ihr die Voodoo Boys. Dort kommt man übrigens mit der Erweiterungshauptstory vorbei. Schaut gerne, ob ihr davor reinkommt. Und ansonsten müsst ihr erst eben die Hauptstory weiterspielen, bis ihr zu dieser Location kommt. Und dort drin befindet sich wie gesagt die Waffe. Normalerweise sind dort überall Gegner. Ich habe jetzt hier schon alle ausgeschaltet. Und ihr klettert dann einfach die gelbe Leiter nach oben und lauft in den oberen Stock. Denn dort gibt es dann eine Türe. Werdet ihr gleich sehen. Und die kann man eben mit dieser Schlüsselkarte öffnen. Die Schlüsselkarte müsstet ihr eigentlich auch gleich zu Beginn finden. Ich glaube nicht, dass der Auftrag dafür benötigt wird. Sondern ihr müsst eigentlich zu dieser Location hin. Ihr seht hier die Türe, die geht auf. Und dort befindet sich dann diese ikonische Waffe. Weiter geht's mit meiner absoluten Lieblingswaffe in Phantom Liberty. Ikonisches Sturmgewehr. Und das rasiert wirklich durch die Gegner durch. Ihr seht's hier. Es hat eine krasse Feuerrate und macht phänomenalen Schaden. Hat eine erhöhte kritische Trefferchance auf Gliedmaßen. Und dadurch krittert man, wenn man es gut anstellt, nahezu. Und rasiert eben durch die Gegner durch. Selbst wenn die einen Totenkopf oben drüber haben, gar kein Problem. Ich bin aber auch in Sturmgewehre geskillt. Allgemein die Gattung Sturmgewehre ist im Spiel extrem stark. Und das Ding räumt wirklich alles ab. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen zu holen. Man kann es auch noch stärker, noch präziser machen. Obwohl es schon sehr genau schießt. Und zwar mit einer Cyberware. Seht ihr hier eingeblendet. Hab ich jetzt nicht eingebaut. Da könnt ihr aber noch mehr rausholen. Und ihr seht jetzt hier auch noch gleich einen härteren Gegner mit einem Totenschädel oben drauf. Und der ist einfach in Sekunden tot. Es krittet einfach nur noch. Und das ist einfach geil. Für die Waffe müsst ihr hier diese Nebenquest abschließen. Sollte normalerweise von Beginn verfügbar sein. Ich habe sie gleich am Anfang gemacht. Ihr müsst dort in den Bargastlager rein. Und mit so einem Kollegen sprechen. Der hat eine richtig coole Story zu erzählen. Und da gibt es natürlich verschiedene Enden. Bei einem Ende habe ich es zum Beispiel nicht bekommen. Dann nochmal neu geladen. Zum Glück, weil ich das Ende auch nicht gut fand. Hab mich für ein anderes entschieden. Und dann gab es diese Waffe. Ihr müsst dann im Gespräch drücken, dass man abhauen muss. Und ihr müsst eben diesen Dude rausschmuggeln mit dem Auto nach Night City. Er wird euch dann später nochmal anrufen. Ihr müsst zum Afterlife. Und dort liegt dann dieses besondere, ikonische Sturmgewehr auf dem Stuhl. Und ihr könnt es euch abstauben. Falls ihr diese Mission schon abgeschlossen habt. Und eben nicht die Waffe besitzt. Solltet ihr beim Händler im Bazar nachgucken. Der hat eigentlich sehr viele ikonische Waffen, die verpassbar sind. Im Angebot. Die nächste Waffe ist die pure Zerstörung. Wird vielen von euch wahrscheinlich sehr gut gefallen. Ist ein Tech-Revolver. Eine verbotene Waffe. Man kann sie zum Glück trotzdem bekommen. Und sie hat eben extrem starken Effekt. Erstmal haut es die Gegner nach hinten weg, weil sie so stark ist. Die Gegner werden angefackelt. Und trifft man angefackelte Gegner, dann krittet man immer. Und der Krittschaden wird auch höher, desto mehr Gegner gerade brennen. Und ihr seht, was mit diesen Gegnern passiert. One-Hit, Two-Hit sind sie weg. Man kann diese Waffe, wie gesagt, auch noch aufladen. Und das Ding hat mich wirklich mega überrascht, wie stark dieses Teil ist. Der Schaden von dieser Pistole ist allgemein sehr hoch. Und ich habe keine Punkte in Tech. Man kann es separat natürlich noch verbessern und mehr rausholen. Wo bekommt ihr sie her? Und zwar bei den Notfallabwürfen. Mit Glück leider nur. Wenn ihr die Notfallabwürfe öffnet, kann es eben sein, dass diese ikonische Waffe mit drin ist. Der eine bekommt sie ein bisschen schneller, der andere leider ein bisschen später. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das Ding lohnt sich richtig zu spielen. Die nächste Waffe hat es auch in sich wahrscheinlich das stärkste Scharfschützengewehr in Night City. Die Schadenszahlen sind einfach extrem hoch. Außerdem hat es einen besonderen Effekt. Ich bin auch nicht in Präzision oder Scharfschützengewehre geskillt. Da kann man bei weitem noch mehr rausholen. Aber man hat über tausender Hits, was schon wirklich ordentlich ist. Und es hat nochmal on top einen Effekt. Wenn man eben auf den Kopf zielt, dann kommt es zu einem Schockeffekt, der eben on top Schaden macht und auch Gegner in der Nähe anspringt. Und dadurch kann auch mal eine ganze Gruppe auf einmal tot sein. Ist wirklich ein cooler Effekt. Spielt sich phänomenal, diese Waffe. Aber man muss ganz klar sagen, für mich persönlich von der Optik sieht es jetzt nicht ganz so schön aus. Aber der Schaden ist wirklich brutal. Sollte man mal austesten. Die Waffe bekommt ihr unten links in Doctown bei diesem Totenschädel. Ihr müsst einfach in der Nähe sein. Dann seht ihr ihn auch auf der Karte angezeigt. Da ist ein Gangfight. Ist auch ein Boss mit dabei. Ist eine coole Aktivität in Doctown. Und ihr müsst dort in das Raumfahrtsmuseum rein. Ist auch oben so ein Schiff über dem Dach. Und innen drin seht ihr auch so ein Flugzeug. Wenn ihr alle Gegner ausgeschaltet habt, findet ihr auf der linken Seite in einem Raum diese ikonische Sniper. Zwei krasse Waffen habe ich für euch noch. Das nächste wäre eine Axt. Das Besondere, das ist eine Wurfwaffe. Ist auch einzigartig von der Optik. Und auch mega stark. Wenn man kritisch trifft, dann explodieren die Gegner in einer Schock-Explosion. Und auch andere Gegner bekommen Schaden ab. Das Teil ist wirklich krass. Leider ist die Aufladezeit etwas lang. Wie ihr bei mir jetzt gerade sehen könnt, bis diese Waffe zurückkommt. Ich habe aber auch in keine Wurfwaffe Punkte rein investiert. Da könnt ihr wahrscheinlich auch nochmal separat mehr rausholen. Die Gegner sind hier übrigens verbuggt. Wenn euch irgendwas komisch im Spiel vorkommt, dann ladet lieber einen alten Spielstand. Denn die Gegner greifen mich hier nicht mehr an. Ich habe sogar das Spiel neu gestartet, den Spielstand erneut geladen. Und die Gegner waren immer noch verbuggt. Und musste wirklich einen alten Spielstand laden. Ist ein Gamebreaker. Und wenn ihr sowas habt, müsst ihr auf jeden Fall wirklich aufpassen. Aber ich kann euch hier eben gut zeigen, wie diese Waffe abgeht. Aber die Abklingzeit ist schon wirklich ordentlich. Trotzdem sollte man es sich auf jeden Fall abstauben. Eventuell kann man da eben über den Waffenbaum mit dem Wurfmesser noch mehr rausholen. Auch die Abklingzeit deutlich reduzieren. Wo bekommt ihr diese Waffe her? Und zwar hier an dieser Location. Dort befindet sich ebenfalls ein Gangfight. Einfach hin. Und ihr müsst euch durch die ganzen Gegner kämpfen. Und ich war jetzt hier noch mit dem Feuerkatane unterwegs. Was jetzt hier auch neu mit dem Update 2.0 in den Spiel reingekommen ist. Am Schluss wartet ein Boss auf euch. Den müsst ihr ausschalten. Denn ihr braucht von ihm einerseits eine Schlüsselkarte. Aber er lässt auch die Axt droppen. Dann könnt ihr sie euch holen. Und mit der Schlüsselkarte könnt ihr dann auch nochmal separat in den Raum rein. Wo ihr dann auch nochmal geilen Loot rausbekommt. Zu guter Letzt habe ich für euch noch etwas richtig Krasses. Die solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen. Ist eine besondere Arasaka Tech-Maschinenpistole. Die hat phänomenale Werte. Das Gameplay spricht von sich auch selber, wie schnell die Gegner tot sind. Ist natürlich auch eine ikonische Waffe. Und das Krasse an ihr. Sie muss nicht aufgeladen werden, dass man durch Hindernisse durchschießen muss. Man kann einfach normal schießen. Und wenn der Gegner in Deckung ist, trifft man ihn trotzdem. Und was auch noch krass ist, wenn man Headshots macht, hat man eben immer einen Crit. Und so sind die Gegner halt in Sekunden tot. Normalerweise schießt man mit dieser Waffe, würde ich sagen, aus der Hüfte. Weil es dann einfach ein bisschen schöner aussieht. Man ist dann nochmal ein bisschen präziser, denn dieses Scope ist so ein bisschen dick. Und aus der Hüfte ist eben dieses Fadenkreuz ein bisschen feiner. Vom Schaden her ist diese Waffe wirklich brutal. Ihr seht es auch einfach beim Boss, wie der runter tickt. Die Waffe bekommt ihr hier an dieser Position ebenfalls bei einem Gangfight. Einfach hingehen, euch durch die Gegner durchkämpfen. Das ist ein sehr großes unterirdisches Level, wo man durchlaufen muss. Ein riesiger Tunnel. Und auf der anderen Seite wartet eben ein Boss auf euch. Killt ihn. Und wenn ihr ihn ausgeschaltet habt, bekommt ihr hier auch wieder eine Schlüsselkarte. Und er kommt dann hinten rechts in den Raum rein. Dort liegt die Waffe. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas Cooles zeigen. Es kommen noch weitere Videos zu ikonischen Waffen. Da sind noch einige später erreichbar. Die sind richtig krass. Lohnt sich auf jeden Fall auch das andere Video anzuschauen. Wenn es dann soweit ist, wer das nicht verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Demnächst werden auch Bild-Videos rauskommen zu den verschiedenen Spielarten. Lohnt sich auch. Das ist nämlich richtig krass. Das ist möglich mit der neuen Cyberware. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare rein, falls ihr auch noch eine extrem gute, ikonische Waffe kennt. Bin ich gespannt. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.